So, und da sind wir wieder bei Left4Dead 2. So, und jetzt suche ich erstmal den Defi für dich. Hoffentlich gibt es hier einen. Boah, jetzt werde ich hier geheilt. Ich bin auch noch festgeheilt. Erstmal einen Adrenalinschuss. Da ist einer. Ja? Ja. Ja. Oh, geil. Nimm doch. Jetzt nimmt er mir bestimmt gleich meinen MediCat weg. Aber ich nehme dir deins nicht weg. Deins liegt da ja. Nur jetzt meins. Ach, ich brauche nur eine Waffe. Glaube. Boah. Ey, komm, bin ich aufgewacht. Wie ihr da alles schon wieder erwischt seid. Und sogar ein Hitler ist mit vor der Partie. Ich bring schon mal weg, ne? Ich bin ja in Deckung, während ich das wegbringe. Geh weg, du Jockey. Das wirst du nicht überleben. Nein. Nein. Was ist das für eine Scheiße? Ey, wollen die... Wollen die uns verarschen? Ey, verarschen? Mh. Ey, wie die hier nie helfen können. Und warum müssen die immer mit mir mitgehen? Ich will die gar nicht bei mir haben. Ich muss mich... Nein, 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 nein. Boah. Nein. Hey, I'm reloading. Ich kann hier überall alleine rumgehen, aber du wirst dann immer getötet. Scheiße, ich muss mich jetzt heilen. Ich muss mich auch gleich heilen. Das hier bring ich noch weg. Ja, ich bin bei dir. Komisch. Boah, jetzt hat er ihn wieder geworfen. Ah, scheiße. So. Hä? Hast du auch eins dabei? Oder... Ja, ich hab auch eins dabei. Ich hab nur zwei Läden, ne? So. Ich glaub, wie du da abgehst. Die anderen sind tot. Scheiße. Dem müssen wir helfen. Scheiße. Ich laufe. Hol die schnell wieder. Ich muss mich eben heilen. Hier ist der Tank bei mir. Ich komme. Nein, brauchst du nicht. Ich helfe dem erstmal. Ja, jetzt schon. Weil der Tank geht ja sowieso. Sofort tot. Boah. Ist der schon tot? Ja. Sind das für Pussys? Boah, ich hab grad den Mund so... Ja, ich hör das schon. Kann schon keiner reden. Scheiße. Hab ich geschlagen. Einer holt oben, einer holt unten. Was? Ach so, du willst da lang? Okay. Ja, genau. Wehe, der Sack stirbt uns jetzt noch weg. Und warum heilt der sich nicht? Der hat keinen Teil mehr. Ja, der hätte sich ja eben eins holen können. Warte mal eben, warte mal eben. Warte mal eben, warte mal eben. Jockey! Komm mal hin, komm mal hin, komm mal. Nein, Hunter! Zwei Hunter? Der liegt. Die sind weg. Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das jetzt in der Scheiße? Warum kommen zwei Hunter? Oh, fuck. Okay. Das ist mathematisch unmöglich. Ja, eigentlich schon. Ich... Ich überlasse dir das mal. Ja, diesmal nimmt mir das keiner mehr weg, ey. Okay. Ja, ich wollte mich auch grad heilen. Mann. Lass jetzt einfach direkt den Aufzug, oder? Jo. Irgendwie immer bei dieser Map. Immer bei dieser Brücke sterben wir. Ich hab da noch nie gespielt. Doch. Die hast du schon mal gespielt. Ja. Ja. Ja, hier warst du doch letztens, als du gestorben bist. Ja, aber... Das ist genau das gleiche. Koordiniert vorgehen. Du weißt, was das heißt. Ja, ja. Einer holt unten, einer holt oben. Einfach draufballern und nicht sterben. Ne? Oh, fuck. vorne ist ein Charger. Vielleicht solltest du näher in meiner Richtung bleiben. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo? Hier unten. Oh, Alter. Ich muss dir ja jetzt immer hinterherlaufen. Ja, genau. Ich bin jetzt schon wieder halbtot. Ist nicht. Ich hab noch fast alles, was ich von eben hatte. Ja, ich musste grad gegen Cha-Cha kämpfen. Ja. Geh auf. Geh auf. Oh, nix gibt gerade. Ne, tut er nicht. Geh auf. Oh. schön weiter holen aber wir gehen immer den gleichen weg also wir gehen uns hintereinander nach und wir gehen nicht irgendwie einer in die eine ecke und dort kannst du aber holen dort vorne und nicht decken kann ich nicht denken ja ich sicher war die ich so aus als wenn du mich denken könnte aber die anderen dort oben könnten nicht decken falls sie mal schießen würden wenn sie sich nicht zu fein dafür wehren ich hole dort hinten bring du das teil schon mal weg die wahrscheinlichkeit war hier bisher immer am geringsten dass mir hier was zustößt jetzt kannst du noch den letzten da holen während die den tank erledigen hoffentlich und der tank mich erledigt eigentlich doch weil die hier nicht unten hin schießen die interessieren sich nicht mal wie die da erst mal stehen bleiben wie ich das hasse wenn die einen heilen wenn du gerade schnell weg können muss ja da werde ich direkt vor der mittler getroffen ich halte mich gerade fertig damit direkt schon so ein scheißviech hier oh scheiße alle medifekt schon weg wenn wir mir jetzt schon alle medifekt verbraucht die anderen weil so viel habe ich noch gar nicht abbekommen ich habe eins glaube ich die geht zu lang der kommt schüße noch boah den smoke habe ich doch gerade gekillt oder wird der jetzt auch dupliziert oder dupliziert oder dupliziert dupliziert ich got it so ich äh halt hier dann mal wache wenn die anderen dazu zu unfähig sind so wir nicht noch pm hoffe wir